Oh Gott. Nein! Aber es sieht besser aus. Mach mal direkt den Spielstand. Wir werden sowas von keine Ahnung. Oh, es gibt sogar zwei. Hey, der Squad. Nein, das ist Ken. Idiot. Ich glaub, das ist ein Spielstand direkt vor dem Endboss. Ja, sehr gut. Lass mal den Endboss verrichten. Dann haben wir das Spiel durch. Ey, da können wir sagen, wir haben heute sogar ein Spiel durchgespielt. What's up? Was? Mach Level 5. Ich liebe den Namen des Bosses. Was? Ja, wie der Kiefer schon sagen, du wolltest alle jeweils. Die sind die auch gerippt ein, halt. Das ist irgendwie besser im Spiel. Aber einheit findet immer alles gut. Alles, was wir kacke finden. Einer ist ziemlich anti. Anti anti. Atemlos. Oh, krass. Ach, das, was die meisten MPG benötigen. Oh, was passiert da? Ich hab keine Ahnung. Benutzen wir mal Seele. Das klingt wunderbar. Blütenstühle. Hey CSG, mir fällt grad ein. Du kannst auch am 22. kommen. Da treff ich mich mit, äh, Lukas und Hero of Happiness in Osnabrück. Dann gehen wir saufen. Da ist ein Konzert und, äh, ich sauf in meinen Geburtstag rein. Oha, du kommst zu mir im Hilfsmeer Umzug, was viel cooler wäre. Ich weiß nicht, ob das hier wäre, aber ich glaube nicht. Du ziehst nach Gingsreich um. Ich merk mir das mal vor, Gala. Mach mal. Kannst auch dann bei mir pennen. Voll geil. Am nächsten Tag gibt's Kaffee und Kuchen. So'n Klarstellung noch leben. Auch das werden immer noch diese Gegner spielen. Ist voll langweilig. Next. Next. Ne, wir besiegen den jetzt. Ja, tatsächlich. Einer ist er schon besiegt. Krass. Haha, das Geld heißt Thaler in dem Spiel. Was wäre denn das hier? Obwohl, besser als die Kämpfe ist es wahrscheinlich, na gut, besser als, oh, wir haben fast gewonnen. Ja, aber ich wette, danach kommt noch mehr so ein Doppel-Din. Egal, ich spiel das jetzt durch. Also du, wenn ich kein Bock noch, geh ich einfach und lass uns weiterspielen. Was erzählt Sölf da? Heil mal den einen, ja, keine Ahnung, wer ist Sölf. Ja, weiß ich auch nicht, aber er erzählt was. Keine Ahnung, soll ich ihn mal kicken? Nein, er hat einen Nick. Achso. Sölf hat das einfach durchgespielt, er weiß, was das ist. Ähm, heil mal Luna und mach mal das Gift weg, anstatt hier sinnlos anzugreifen. Ja. Reinigung, Level 1. Reinigung, ja. Jetzt ist hier nur der erste Hans-Würsten. Sölf hat also alle alte Machtheite durchgespielt. Freak. Ich glaube, Sölf hat zu viel Zeit. Und trotzdem kennt ihn niemand. Oh ja. Hi, Iska. Hallo, Iska. Hallo, Iska. An wenigen Jahren haben wir immer vernünftige Gäste. Kommt gerade rechtzeitig zum Ende. Also dieser Endgegner-Marathon ist recht langweilig. Ich guck nicht zu, ich mach was anderes. Das ist im Moment sinnvoll, was anderes zu tun. Und das Spiel braucht für einen Skip. Wieso hat dieser Boss oben rechts einen Raketenantrieb? Nein, geniegt davon, oder? Was zum Gäste sagt gerade, hiernach kommt noch ein Boss. Das ist doch der totale Fetisch-Boss, oder? Ja. CSG. Willst du dich angesprochen? Nee, aber CSG, erklär uns doch mal was. Was? Du bist doch Experte von sowas. Erstmal müssen wir checken, wer von der Party weiblich ist. Dann sprechen wir weiter. Sölf ist weiblich. Sölf ist weiblich. Wer ist Sölf? Dass ich einen Running-Gag-Schnitt so früh finde. Ja. Danke, Sölf, wer auch immer du bist. Ich glaub, ich sag Lukas, der soll den Account mal löschen. Oder vielleicht steht Sölf ja im RPG-Maker-2000.de, Vicky. Ich wette nachher, es läuft so ein Admin oder sowas. Wo haben die das denn? Das steht nicht mal auf der Seite. Das Geile am Impressum vom Quartier ist ja auch immer noch, dass Ratty da noch drinsteht. Ratty hat auch noch Admin-Rechte in deren Forum. Ich bin ja in der LPG-Square-Mitteilnehmerliste in Girls-Content da eingetragen oder so. Ich hab da nie was für gemacht und mich nie dafür gemeldet. Ratty ist auch noch Star. Total gut. Wo haben wir das denn? RPG-Quartier-Wiki. Die haben doch ein Wiki. Das hab ich doch neulich gesehen. Irgendwo war da was. Was jetzt? Noch ein Endgegner. Da kommt doch kein Boss mehr. Was zum Geier. Warum sind die jetzt in so ner abgespaceden Welt? Hey, die links ist ne Schlange. Aber da gab's, genau, da gab's doch diese geilen Comics. Oh. Irgendwanns hier. Die Musik. Die hat doch nicht gelogen. Oh, ist ja immer noch nicht vorbei. Nee. Das gibt's keine Elbe. Wissen wir was, Leute. Wir machen ja nicht. Immerhin hat's jetzt keine enge Titel. Wir spielen das durch. Ich find es unglaublich, wie die Zuschauerzahlen echt konstant bleiben. Ja. Und wo haben wir denn? Immer so um die 21. Ja. Wir haben alle nix zu tun. Warum heilst du deine Leute nicht? Belebt die mal alle wieder. Ja, das hab ich grad. Belebt mit 100 KP. Jetzt verkackter, weil er nie geheilt hat. Also, Thaler, wenn du das alles nochmal wiederholen musst, ne? Dann musst du das wiederholen. Das will niemand. Hä, warum heilst du dich denn schon wieder nicht? Thaler, warum sollte ich... Thaler sabotiert, glaub ich, das Spiel. Du hast es schon ein bisschen im Endgegner geschafft. Ist halt durch. Ein super Treffer. Ich hoffe, das zieht sich nicht mehr allzu lang. Das ist jetzt ein bisschen in der Art. Oh. Jetzt kommt vielleicht noch ein Press, oder? Der Arzt, der interessiert, der alte Macht. Oh, die Musik. Wie kann man die nur für dieses Spiel benutzen? Was war denn das für Musik? Ich hab's verkackt. Äh, Zenergaard, Final Fantasy X. Wir haben's durchgespielt. Game over? Wir haben's durchgespielt. Game over. Wir haben's geschafft. Toll. Gratulation, Thaler. Ah. Wisst ihr, was das Beste ist? Wir haben noch alte Machtspiele, oder so. Schon wieder. Ja. Aber mal Respekt an die Person, die diesen Spielstand hatte. Der sich so eine Scheiße gibt. Und der hat Respekt verdient. Gott. Na.